Die Wettershow Auch hier die aktuellsten Bilder von Frauenkirchen und auch da kann man sagen, es wird leider auch bei den Bergen frisch werden und es wird wie gesagt eine Abkühlung geben in den nächsten Tagen. Es ist so, dass wir noch heute bis um die 28 fast 30 Grad bekommen. Am Nachmittag, wenn Sie zum Beispiel auch wandern gehen wollen, im Heiligen Blut oder auch im Bodersdorf, dann unbedingt mit einem Regenschutz und Regenschirm mitnehmen, denn auch da wird es dann schon etwas kühler werden am Nachmittag und regnerisch. 28 Grad haben wir aber trotzdem in Wien, Berlin auch um die 24 Grad, in Madrid da haben wir 33 Grad, ist aber schwierig auch dorthin zu reisen, zur Zeit mit den Reisewarnungen rum auch um die 28 Grad. Also da kommt dann auch schon vom Norden her leider auch eine Abkühlung. Aber wie gesagt, heute bleibt es noch schön, teilweise auch trocken im Norden mit 28 Grad, aber dann am Nachmittag überhaupt im südlichen Bereich von Österreich, da kann es dann schon heftig auch regnen und auch wieder Gewitterwolken, die sind angesagt. 26 Grad auch in Linz, in Innsbruck auch noch 27 Grad, also von den Temperaturen her sehr angenehm, aber dann, also so um die Mittagszeit beziehungsweise am Nachmittag im Westen, da fängt es dann schon ordentlich an zu regnen, aber trotzdem mit 28 Grad. Auch im Osten kühlt es etwas ab, dann bleibt es durchwiegend auch trocken, dann am Abend eher wieder Regenschauer und Gewitterwolken mit 25 Grad. Ja und es wird leider auch, ja der Herbst kommt, das spürt man schon, denn es wird regnerisch bleiben, auch die nächste Woche wird nicht besser, wir haben da einen absoluten Tiefpunkt, dann auch ab Dienstag nur mehr 14 Grad, die 19 Grad zum Beispiel in Osten. Montag, da wird es noch ein bisschen aufhellen, aber trotz allem die nächsten Tage unbedingt mit einem Regenschirm rausgehen. Ja, wir machen jetzt eine ganz kurze Werbpause, sind dann aber gleich wieder zurück mit den aktuellsten Corona-Zahlen, also unbedingt dranbleiben. Bis gleich.